Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Folge von Familie Vornfänger mit Maurice und Harry. Hallöle. Hallöchen. Ja, leider wieder ohne Alex, aber ihr wisst ja, denke ich mal, schon wieder Bescheid. Ja. Das ist ein Vaterl. Überall auch Geburtstag, über zwei Wochen auch geil. Auch geil, über zwei Wochen Geburtstag. Ich denke mal, wir sind so schlau und gucken rum aufs Datum, was für immer. Ja, ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott, nur ein Joke, halt so. Ja, genau, dass die hier wissen. Ich muss hier scheiß Traumzucker aufkriegen. Extrauner-G-Dinger hier. Maurice, denken brauchst du heute nicht mehr, dann hat sie erledigt. Ja, das Wochenende, ne? Das kann ich gerade sagen. Unsere Pflicht ist erledigt. Ja, natürlich. Harry, ich bin gleich voll. Du müsstest gleich mal wieder ein bisschen näher kommen. Hm, Marco, Max ist also näher. Super. Super. Mein Gott, okay, was. Ja, wir sind noch, man merkt, wir sind noch jegliche. Ich hab halt Gebot, zuerst auf rumzunörgeln. Ah, ah. Und an dem Tag müssen wir aufnehmen, für zwei Wochen, also umzunörgeln. Ja, passt nicht rein, das ist doch jetzt echt nicht mehr. Ich will den Anhänger aber voll haben. Gönnen wir noch mal einen Schluck. Hm, Verkunftschaft. Bin ich auch sofort wieder weg. Jetzt, 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 jetzt kann man. Harry, viel Spaß. Wir sehen uns gleich mal wieder. Ja, schön, wir Füße hochlegen. So. Kannst du auch. Also, Maurice hat ja aktuell den chilligsten Job. Ja, deswegen hab ich mich auch dafür feindlich gemeint, in den Drascha zu sitzen. Ja, das ist nicht. War geil, es ihm kam ein Bierch hoch. So muss das. Wie ich saß dir, Marc. Ah, ein Bierchen zu viel. Harry, keine Sorge, 28 Minuten noch. Dann bist du entlöst, bitte. Yes, schacker. Entlöst. Entlöst, nicht entlöst. Geil. Ich bin jetzt auch nicht mal der Mügel hochgekommen. Ich bin gerade, ich bin gerade über die Kuppe gefahren. Jetzt geht's wieder schneller voran. Ja, mein Ende. Naja. Ich hab noch einen Hügel vor mir. Ich seh den gerade erst. Na, jetzt wird's lustig. Aber nicht gerade, aber nicht mal mega voll. Naja. Ach, war das für ehrlich. Macht schon Spaß. Na, zu viel ist natürlich schon geil, ne? Zu dritt aktuell. Ja, ja, ich sag nur, zu viel wäre es auch geil. Ja, übrigens, wenn wir mal gerade vom zu dritter, zu viert sprechen. Wenn ihr natürlich gerne in unserem anderen LS-Projekt mit Marc und mir mitspielen möchtet. Vorausgesetzt, die Karte läuft. Ja, und da alles läuft und alles weitere. Warte mal, ich fahre andersrum wieder an. Dann, ähm, schreibt uns mal einmal über Steam, wenn ihr unseren Steam-Name wisst habt, oder wie auch immer. Oder per Mail, oder per Kontaktformular, oder... Oder ihr guckt einfach auf unserer Homepage, da gibt's einen extraen Reiter für alle Projekte. Und da könnt ihr dann einfach nachlesen, ob ihr... Ja, ach, ja, ist ja noch besser, genau. Ja, Maurice, wir haben da irgendeine Homepage, da ist so vieles drauf. Ja, ja, genau. Wie gesagt, schön, nochmal vorbeischauen. Harry, saugt mir wieder voll, super. Ich bin noch nicht mal im Dorf. Ich komm jetzt hin. Ich seh, ich seh, ich seh noch nicht mal die Aral-Tankstelle. Warte. Ach, jetzt seh ich's. Jetzt bin ich voll. Ja, dann fahr mal, bitte. Maurice, also nächste Woche kommen keine Mod-Vorstellungen, es kommen Tutorial-Videos. Ach, dann machst du mal einen Tutorial-Kanal. Ich mach nur zwei Videos, anstatt Mod-Vorstellungen mal was anderes. Dass wir ein bisschen was Frisches haben. Naja, mach mal. Naja. Mach du mal. Ich weiß, was ich mache. Ne, was wird's geben, es wird Vorstellungen des Aufnahmeprogramms geben und es wird ein Adblock für Browsers geben auf Tablet oder allgemein auf Android. Hi, hi, hi. Oh, shit. Ja, ja, Benedikt war ja heute ein bisschen erstaunt, als ich das ihm erzählt habe oder ihm was mit Adblock gesagt habe und Android oder allgemein Handy. Wer, 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 wer war erstaunt? Ich hab's gar nicht ganz erzählt. Benedikt. In Mathe. Okay. Ich hab ihn das jetzt, ja, Adblock und hin und her, für Android gleich noch ein bisschen hin und her, dies, das funktioniert wieder nicht und so, muss ich gleich noch mal gucken und Adblock. Benedikt aus unserer Klasse? Ja. Okay. Ja, da kam auf jeden Fall bei mir ein bisschen komisch rüber, ja, hat er mich gefragt, gibt's dann auch für iOS? Hab ich nur gesagt, ich muss ja ein Video anschauen, dann sage ich mir ja. Okay, das ist, ja, warum nicht, ne? Ähm, ja, dadurch, dass ich ja, dass ja aktuell mein Tablet nicht da ist, sonst hätte ich auch mein BIOS geguckt, ob das gibt, aber ich hab aktuell kein Apple-Teil hier im Haus. Ich hab eins. Ich hab eins. Glücklich im Haus. Äh. Ne, du müsstest mal mal im Store gucken, ob's das gibt. Kann ich auch mal machen, aber das muss schon erstmal wieder aufgeladen werden, hab ich ja jahrelang nicht benutzt. Ah, Geld. Nächste 100.000 sind verdient. Ja, ich, wir wollen was kommen und sonst nächstes. Ja, die Schafe, denke ich mal, oder? Ja. Oder mal ein Mähwerk, ich will es, ja, Schafe, Mähwerk, alles auf einmal, dann machen wir noch eine zweite Flur. Aber... Uh, ich guck nach hinten. Schau mal, was überhaupt das Ding kostet, wenn wir jetzt mal interessieren. Ein Mähwerk brauchen wir nur, wir brauchen wir nicht. Ladebank haben wir ja auch. Ja, wo sind sie denn überhaupt, die Mähwerke? Unter Mähwerke. Nein, echt, das Mähwerk oder Mähwerke sind, da hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Und Harry, wir bekommen, wir begegnen uns wieder an der gleichen Stelle. Ähm, also wenn wir für vorne und hinten, also so eine Butterfly-Kommi nehmen, dann war so... Einfach eine einfache Kombi, einfach nur vorne, mehr haben wir nicht, das kostet erstmal zu viel. 11.000 oder 12.000, das kannst du jetzt aussuchen. Guck mal das später an. Nehmen wir für vorne 12.000, dann einen kleinen Wasserwagen, der kostet auch noch 9.000 oder so. Und dann braucht man glaube ich noch eine Palettengabel, ach ne, eine Palettengabel haben wir sogar. Dann brauchen wir nur noch so einen Wagen, wo wir das draufladen, da reinkommen wir ganz standardgemäß. Was auch, ist auch nicht viel. Also kostet es keine 5.000, dann könnte man 3.000 Stunden Rest Schafe kaufen. Ja. Da mieten wir uns einmal den, äh, den, 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 den Vertimax, Gold, Yoskin, und dann haben wir's. Ja, aber das würde ich diese, diese nicht mehr machen. Das, wenn Alex dabei ist, können wir da drüber mal quatschen. Ist ja so. Wenn man vom Teufel spricht, würde ich sagen, oder? Dich ernsthaft, oder? Was? Ich hab, du hast, wir haben gerade von Alex gesprochen. Nein, Tim hat die Verbindung verlassen. Wer, wobei... Ne, 1948 ist das auch schon, nirgendsher, oder nicht? Ich red von, äh, Steam. Ach so. Ich hab ja erst mit ihm geschrieben, wie sieht's aus, Aufnahme hin und her, ne, äh, ne, äh, kein Zeit. Ähm, äh, jetzt grad davon gesprochen, schon... Ach so. Schreibt er mich an. Vorausgesetzt ist es auch. Ich geh aber davon aus, ich kann aber jetzt nicht gucken, das heißt, er muss mindestens diese Aufnahme noch fahren. Also werde ich da gleich erst nachschauen können, wenn wir, wenn wir das letzte Videochen aufnehmen. Obwohl, ich hab ein Handy, ich könnte gucken, ob ich das am Handy angezeigt bekomme. Döööööööööööööööööööööские... Ich muss sagen, wenn du wieder am Feld bist, weil ich kann auch nicht das rumopezere. Ich komm situations.. so wieder am Spiel läuft würde ich sagen ich schreibe mal kurz alles es ist nicht eben bis hier oben fahren können dann schreiben die schon mal abdanken können ja hätte ich machen können immer gehe feiner kärnt ich war das sieht macht immer noch spaß so dann tage erstmal ein bisschen ab, dann kann ich eben den Rest dann fertig machen er schreibt ich bin gespannt naja, im PC kriege ich die ganze Zeit bing bing diesen Ton und am Handy mache ich es abantwortlich, weil ich gerade nicht raustappen möchte naja da ist auch da super 13. Januar 13 eine Woche war noch jetzt 27.1 ich glaube ist ja nicht mehr also da ist ja nicht mehr steht unten noch ein bisschen was ne, unten habe ich gerade auch schon weg das ist nur noch dieser Fitzel ja dann mach den Fitzel weg und dann können wir gleich schon wieder aber das fällt auch schon wieder gern zur Tür Junge, Junge dann ich warte bis du komplett fertig bist hey, du kannst schon mal zum Hof fahren ganz trotz wieder abstellen so hier gleich alles bei Schiffs fertig so, Mark dann dann tank am besten mal ab oder stelle dich ein bisschen gerade dass ich dann einfach so wenn man den Anhänger schon drunter hopp 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 ich entschuldige mich fürs Piepen aber ähm ich pack Alex gerade auf dem aktuellen Stand haben wir unsere Aufnahme dass der Drescher super super ist dass wir 140.000 auf dem Konto haben was ja nicht gelogen ist weil ich denke mal wenn ich den Anhänger jetzt gleich abkippe noch ein bisschen was dabei kommt und den zusammenklappen dann also Alex wird äh am 27. also zur nächsten Aufnahme wieder dabei sein hatte mir grad ich hab ihm grad geschrieben dass die Aufnahme wieder am 27. ist ja, gut ähm ja, gut sind wir alle wieder vollständig geil ja, sollten wir zumindest falls nicht was dazwischen kommt was ich naja, aber gut wir sind ja alle da naja das ist ja alles in guter aber wofür Alex Klaus könnte ja jedenfalls auch mit dem Spiel kommen einfach nur ohne Quatsch naja, also wenn er Zeit jetzt hat dann schreib mal, dass er noch kommen kann mit so einem Quatsch ich hab mein Hunger ähm Jo, ich hab Alex jetzt grad nochmal geschrieben dass er zur letzten Folge kommen kann als äh musikalische Unterstützung Harry, es gibt eine Channel-Gruppe, die dich on air setzt doch, würde ich sie nicht du hättest dir einfach nur die Channel-Gruppe geben müssen für den Channel was schon Harry, Harry alles gut mach nix, einfach kommen und gehen hehehe ich werd die aber noch umstellen wenn wir uns diese Channel-Gruppe geben dass wir uns das nicht mehr anschreiben können aber ich bin noch nicht so schnell ja eins am anderen rum, wurde auch nie an einem Tag erbaut jetzt hat er mir so lang ... das 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 ... warte mal, er hat mir grad einen längeren Text geschrieben ... ich muss, ich lese mir erstmal kurz da ... ... das ... das ... das ... das ... das ... ist schon ... Ich Alex hat mir gerade geschrieben, dass er jetzt aktuell noch ein bisschen was zu tun hat, nicht kommen kann und die letzten acht Folgen, die wir letztes Mal aufgenommen haben, nicht gespeichert wurden. Gut, der hat sowieso erst nur zwei Folgen von den vier, die wir am Anfang mal aufgenommen hatten, erst hochgeladen. Die zweite, der hier, ist vorgestern nur so hochgeladen. Und da hätte ich mich gefragt, wann er die anderen acht hochgeladen hätte dann. Wären wir schon bei Folge 100. Hätte er gerade mal Folge 3, 4 und 5 hochgeladen. Ja gut, wir bemühen uns ja aktuell, dass wir auch regelmäßig Folgen bringen. Also ich würde sagen, wir können auch schon mal die Fahrzeuge kaufen. Wir warten auf die Schafe meinetwegen, aber ich wollte noch ein bisschen was trainieren und nicht nur wieder ansehen. Ja, genau, das kannst du jetzt ja eigentlich schon mal kaufen. Ja, also hoffentlich schon mal das... Jetzt hätte ich Kronik-Karten und Handy durch, alle möglichen Chat-Promedichten. Äh, willst du das Pötting-Armee-Werk oder das Lili-Gruppe-Schnallwerk? Das von Lili. Okay, für 12.000. Dann das Wasser-Teil und dann könnt ihr es ja abholen und schon mal anfangen, ähm... Und schon mal anfangen, ähm... Wasser und so zu besorgen. Weil ich habe keine Ahnung, wo es das auf der Map geben soll. Genau, Ari. Da müsst ihr jetzt gleich mal ehrlich gesagt ein bisschen gucken, dass ihr das irgendwo gleich findet. Oh, wir müssen ja immer noch diese Folge machen, wir können ja nicht ewig. Aber jetzt mal, Alex, ich da ist, äh, nur jetzt wieder ansehen, weil das ist ja auch kacke. Weil wir sehen ja dann alle, alle zwei Wochen nur wieder ansehen, das macht ja nicht wirklichs. Ah, ich muss grad mal oben wieder einen Blick auf meinen Kalender werfen, das muss ich doch jetzt mal machen. 1, 2, 3... Boah, soll ich dir was sagen? Wir nehmen FFA am 10. wieder auf, 10. Februar. Ach, herrje. Das werden folgen, ey. Leck mich, Herr Wasch. Alles, alles um meinem Geburtser rum, so gut. Ja, und, 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 und jetzt, und um THO, geil. Soll ich dir mal, soll ich dir meinen Terminkalender für Februar mal sagen? Nee, danke, lass mal, ich, ich weiß das, ich kann's mir vorstellen. Am 2. hab ich was für die Schule abends. Dann haben wir am 9. wo ich Geburt, wo ich erstmal Geburtstag habe, haben wir Aufnehmen für zwei Wochen. Freitag wird sie hinten aufnehmen. Also wir brauchen, allein am Donnerstag brauchen wir 14 Folgen für zwei Wochen. Wir brauchen dann vier Folgen, äh, Farme von Finger wieder. Ich brauch vier Folgen Mod-Vorstellungen, beziehungsweise Tutorials, falls ich das bis dahin habe. Also, das heißt, ich werde bei 8, ich werde bei 12, ich werde bei 16 Videos mal wieder Lock-Auf-Locker. Ach, der glüht unsere Leitung, deine und meine. Ja, aber du darfst du moderieren. Weil ich auch noch, warum sie aufnehmen muss für die folgenden Wochen, meine ich. Dann auch noch, ei, 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 es wird lustig, es wird lustig. Du darfst abmoderieren, wenn du möchtest. Ja, wenn euch nicht vorher gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Schaut auf jeden Fall auch mal in der Beschreibung nach. Dort findet ihr den Links zu den anderen Teilnehmern, auch zu Alex, der leider nicht teilnehmen kann, weil er immer noch was um die Ohren hat. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss. Tschüss.